Der VfL Wolfsburg gewinnt zwar glücklich gegen Hoffenheim mit 2 zu 1, aber steht im Moment zumindest mal über Nacht auf Platz 6 der Bundesliga-Tabelle und das wäre ja europäisches Geschäft. Wenn man mal bedenkt, was Kovac wieder aus den Jungs gemacht hat, ganz stark und heute war es die Effizienz, die das Spiel entschieden hat. Hoffenheim die bessere Mannschaft, aber hat sich absolut nicht belohnt. Es war Kaminski, der die Wolfsburger in Führung gebracht hat und das war schon etwas überraschend. Naja, obwohl zu dem Zeitpunkt ging es eigentlich noch. Wolfsburg ist ja eigentlich sogar ganz gut reingekommen. Die Hoffenheimer allerdings haben sich nicht aufgegeben, haben immer Gas gegeben. Allerdings waren es erst die Wölfe, die so ein bisschen besser ins Spiel kamen, weil was so ein Tor manchmal auslösen kann bei einer Mannschaft, das weiß man ja. Dann allerdings war es wieder Hoffenheim, die das Ganze dominiert haben, sage ich mal, vor allem in Wolfsburg. 1 zu 0, da in der Pausen stand. Hoffenheim hatte so viele Chancen. Die beste Chance war Dabur, der wirklich durch einen katastrophalen Fehler vom Wolfsburger Verteidiger zum Schuss kommt, steht alleine vom Tor und zieht das Ding vorbei. Wurde danach auch sofort ausgewechselt und nur kurz später war es dann Waldschmidt, der nach einem Superpass das 2 zu 0 erzielt. Da schien es durch zu sein oder war es auch durch. Die Hoffenheimer kam nochmal, weil Gila Vogi ein Eigentor erzielt hat, aber das hat nicht mehr gereicht. Wolfsburg gewinnt glücklich, aber die Hoffenheimer haben heute einfach die Chance nicht genutzt und sind wieder mitten im Abstiegskampf dabei. Wenn ihr das Spiel gut fandet, lasst einen Daumen nach oben da. Bis zum nächsten Mal und ciao. Bis zum nächsten Mal.